Das da bin ich, Colt Siebers. Und das ist meine Story. Können wir doch mal von vorn anfangen? Ich bin nicht der Held dieser Geschichte. Ich bin nur der Stuntman. Der versucht cool für seine Traumfrau auszusehen, die zufällig Regisseurin dieses Films ist. Wir müssen super professionell bleiben. Cool. Willst du rummachen? Nein. Ja, will ich auch nicht. Habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Auf rummachen? Ja. Worauf hast du Bock? Reden. Ja. Es gibt nur ein Mini-Problemchen. Der Star des Films. Tom, 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 Tom Rider. Ist verschwunden. Und du musst ihn finden. Warum ich? Du bist ein Stuntman. Niemand wird bemerken, ob du hier bist oder nicht. Nicht bös gemeint. Ich meine, schon ein bisschen. Tom! Um ehrlich zu sein. Er hat sich mit ein paar zwielichtigen Typen eingelassen. Ich will nur nach dir sehen. Und denen wird's nicht gefallen, wenn du rumschnüffelst. Ich bin nur ein Stuntman, okay? Das ist total irre, Mann. Aha. Wir haben Drogen, böse Typen und einen Mord. Was ist ein Eisverbrechen? Sagten Sie Eisverbrechen oder Eisversprechen? Eisverbrechen. Okay, Sie nuscheln leicht. Ich möchte Ihnen kein Eisversprechen. Ja, das habe ich verstanden. Okay. Die Story ist episch. Von kosmischen Ausmaßen. Stunt! Die Bösen sind ja auf den Fersen. Wir werden dich verstecken. Nein, wir prügeln die Scheiße aus ihm raus. Ich vergesse nie eine Faust. So meinte ich das nicht. Nichts geht über einen guten Twist. Wer mag keinen Twist? Lass uns Ärger machen. Genau mein Gedanke. Bleib am Leben. Egal wie. Wir prügeln die Scheiße aus ihm raus. Nein! Ich habe eine bessere Idee. Willst du fahren? Okay. Verrückter Hund. Der Stand mit ins Erde. Wir müssen ihn einkasseln. Und dann prügeln wir die Scheiße aus ihm raus. Scheiße. Ein letzter Stunt. Volles Programm mit Pauken und Trompeten. Wir brauchen ein großes Finale. Wie viele Aufnahmen hast du davon? Wir haben es fünfmal gedreht. Alter Schwede. Ja.